In der dritten Liga empfangen die Würzburger Kickers zum Auftakt des 15. Spieltages den FSV CK. Alles, was ihr über die Partie und zur Übertragung im TV, Livestream und Live-DK wissen müsst, erfahrt ihr bei Spox. Die Würzburger Kickers stehen aktuell mit 18 Punkten auf dem 11. Tabellenplatz. Drei Punkte dahinter liegt der FSV CK auf Rang 16, dem letzten direkten Nicht-Abstiegsplatz. Das Spiel findet am heutigen Freitag, 9. November, in der Flyer-Alarm-Arena in Würzburg statt. Der Anpfiff ertönt um 19 Uhr. Drei Liga-Würzburger Kickers gegen FSV CK live im TV, Livestream, Live-DK 86 Spiele der drei Liga werden in dieser Saison von den ARD-Spartensendern im Free-TV gezeigt. Allerdings nicht das heutige Spiel. Der Pay-TV-Dienst Telekom-Sport hat sich die Rechte an den Übertragungen der drei Liga gesichert und zeigt auch das Spiel der Würzburger Kickers gegen den FSV CK. Wer kein Telekom-Sport-Tabon-Nummer besitzt, kann das Spiel auch bei Spox im Live-DK verfolgen. Würzburger Kickers gegen FSV CK. Duell der sieglosen Beide Teams warten seit fünf Spielen in der 3. Liga auf einen Sieg. Während CK zuletzt dreimal in Folge Römi spielte, haben die Würzburger Kickers ihre letzten drei Partien allesamt verloren. Die Begegnung Würzburg gegen CK gab es ohnehin erst zweimal. Die zwei Aufeinandertreffen stammen aus der letzten Spielzeit in der 3. Liga. Dabei konnten die Kickers in CK mit 1 zu 0 gewinnen. In Würzburg trennte man sich mit 1 zu 1 3. Liga. Die Tabelle vor dem 15. Spieltag Platz Teams. Torrediv.1. VfL Osnabrück 1.420 zu 911.292, SC Preußen 06 Münster 1.423 zu 158.263, SV Wehen Wiesbaden 1.424 zu 204.234, Hallescher FC 1.417. 1.134.235, SC 1.417, 1.143.236, FC Hansa Rostock 1.420 zu 22. 2.227, Stokar, FC Jürding 051416, 18 bis 2.228, SP VGG Unterhaching 1.421 zu 156.219, 1. Punkt. FC Kaiserslautern 1.420 zu 1.912.010, 1860 München 1.422 zu 1.571.811, Würzburger Kickers 1.420 zu 1.731.812, Energie Cottbus 1.417 zu 203.813, SC Fortuna Köln 1.417 zu 1921.714, Sportfreunde Lotte 1.415 zu 1721.715, Sonnenhof Rosasbach 1.411 zu 1.101.616, FSV CK 1.417 zu 1811.517, FC Kalt-Zeiss Jena 1.414 zu 22.1.418, 1.416 zu 21.513, Sv Meppen 1.415 zu 24.1.220, Eintracht Braunschweig 1.417 zu 30.-139. 3.915-Zine Stagemachiff 1.416 zu 21.616, Stagemachiff 1.517, 1.416 zu 21.716, Stagemachiff 1.216-17-171-2014, Stagemachiff 1.417-1714, queste Schiff zu 10- Aquarius alrededor des Gänsot zu 1.517-171-191.816 zu 1.919-171-173-18.